Okay, so, jetzt ein bisschen konzentrieren, das geht gar nicht. Wieso? Hat doch gut geklappt, also... Ja, weil ich einfach Glück hatte. Glück ist dem tüchtigen Holt, oder wie war das? Dem... Na. So ungefähr, ja. Bin nicht überzeugt. Ähm, ich... Ich greife von. Juhu! Diesmal ohne Stress. Ah, schön. Liebe Baum, du weißt, was du machen musst. Verbinde dich mit der Natur. Das dritte Mal, meinst du? Mhm. Pond rein? Ja, einer von so diesen Bäumen ist halt tatsächlich zu wenig. Ich glaube, da braucht man mehr. So ein ganzes Fall. Ich fände eine ganze... Ich wollte gerade sagen, eine komplette Armee nur aus Bäumen. Oh, traumhaft. Runde 3. Keiner kann sich mehr bewegen. Ooooooh. Jetzt stell dir das mal vor. Du stellst einfach vorne in die erste Reihe überall Bäume hin. Lässt sie dann da stehen, weil sie sich nicht mehr bewegen können. Ich wollte gerade sagen, dann springt sie über mich und ich habe nichts gewonnen. Aber Mock spielt mit seinen Halblingen und so. Der hat zwei Bäume, dann nimmt er noch einen Star-Player, dann hat er drei Bäume und das geht voll ab. Selbst sind sie stehen, dann kann er sie immer noch als Katapulte nutzen. Der hat mich so umgehauen, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ist echt stark. Ja gut, ist sehr glücksabhängig, ne? Ja, natürlich, klar. Wenn die Würfel laufen, dann ist das super. Wenn die Würfel nicht laufen, dann... Ja, das gilt aber... Das gilt immer. Okay, ich meine, er ist ein bisschen mehr glückabhängig, aber das bin ich mit dem Kislefer auf das Ganze gehüpfen und so. Das ist so glücklosig. Bisher bist du... Doch, eigentlich... Wenn du Pech hast, dann stehst du halt da. Ja, aber das ist egal, wenn du den Halblingen. Weil die kann ja eigentlich von der Grundlinie quasi bis ins Ziel werfen. Ja, der hat... Im ersten Zug hat er einen Touchstein gemacht und ich stehe nur da und sage, boah, what the fuck. Echt beeindruckend. Nicht so heftig. Wenn es läuft, ja. Aufnehmen, werfen, landen, nach dem Golf-Wid oder zwei und wenn das alles gewürfelt wird, dann ja. Und du machst halt nichts als Gegner, weil du stellst deine Leute auch nicht so weit nach hinten, dass die, selbst wenn die überworfen werden... Also, nochmal, mitten in die Mitte. Mal sehen, woher diesmal ins Ausfliege. Touchback, touchback. Echt jetzt? Okay, ist auch okay. Ich sage das nur ungern, aber langsam geht mir dieses Spiel auf den Sack. Das habe ich diese Woche so aufgesagt. Also, wenn es weiterläuft, dann schaue ich nachher mit Antonio, dass ich mit ihm schwimmen kann. Das ist schon echt lange her, dass ich mal einen positiven Anstoß hatte, der mir irgendwas gebracht hat. Also, nicht sowas wie der Gegner kriegt ein Touchback oder der Ball landet genau auf dem Fänger. Ich höre es hier so ein bisschen mimimi. Ja, gerade schon. So, wen verbringen wir denn? Ich muss sagen, zwei Waldelfen stehen da gerade prädestiniert. Ja, der Werfer wäre natürlich schöner, aber dann stehen meine Figuren scheiße. Das will ich nicht. Dann halt nicht. Dann halt die linke Flanke, das kennen wir doch schon. Genau. Ich habe zu früh Fünnie gemacht, ne? Der kommt wieder. Hier steht der wieder. so jetzt irgendwie ein bisschen was sicheres aufbauen nicht beim baum stell dir vor ich hätte einen einen deiner knochenbrecher vorher rausgenommen wäre das schön mit den zwei fraktionen wir sind hier nicht mehr wünscht ihr was auch mann nie darf ich mir was wünschen hallo ich schätze man hat irgendwer hinter sich hallo gesagt sonst würde das kein sinn machen ich sage eigentlich auch einfach so immer mal hallo habe ich es ja vergessen ach ja macht ihr das nicht nein dann ist das ja jetzt komisch ich wollte schon sagen die bleibt ja nicht beide stehen wie das läuft so ich habe jetzt einen wunsch baum wurzel aus meiner sicht ist das schon ziemlich vermessener wunsch warum naja meine sicht ne in dem moment wo ich einen schluck bier nehme das geht gar nicht entschuldigung ich versuche beim nächsten mal er bewegt sich meine güte dann ich schade ich 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 das ich 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 habe vergessen zu blitzen. Ah, das kenne ich. Ach, du wolltest lieben. Ah, ja, wollte ich. Äh, nein, wollte ich gar nicht. Ist schon okay. Gib Schlimmes, glaub mir. Ah, ja? Nee, passt schon. Dafür hat sich dein Baum bewegt. Gerade fallen mir aber nicht so viele schlimme Sachen ein, die mir sonst so passieren hätten können. Ähm, dieser Baum. Was hat der Stärke 6? Oh, ich könnte jetzt natürlich ganz frech mit meinem Dauntless versuchen. Stärke 2 auf Stärke 6, das ist viel Unterschied, das schaffe ich nicht. Ähm, 3, 4, 5, 6, ich könnte ein One-Dice machen auf dem Baum. Eigentlich möchte ich nicht mit Bäumen prüben, das bringt nichts. Erkenntnis des Tages. Hm. Hm. Was machst du? Ja, ich, äh, ich denke. Achso. Ich warte darauf, dass meine Leute alle umfallen und sterben und so. Aha, da fängt es ja an. Was denn? Wir bereiten einen Todesstoß gegen den Werfer vor. Das wird ja auch nie erlauben. Doch, 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 doch. Ich habe das genau gesehen. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Hm. Ähm, doch, Blockhoch, ich... Ist okay. Nur gelähmt. Oh, mach. Ja. Das ist. Das ist. So, jetzt wird es unschön. Jetzt kommen Ausweichenwürfe? Genau. Das sind die wichtigen Sicherheiten auf dem Leinmanent auch zu rumprügen. Oder Wurzeln schlagen ist auch eine Option. Einfach, dass ich es erwähnt habe. Okay. Hey! 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 Ha ha! Hey! Hey! Geh! Geh! Ja, man muss ja irgendwie so tun, als ob man was könnte. Der bewegt sich aber ein bisschen oft in dieser Runde, ich finde das beunruhigend. Das zweite Mal meinst du? Unglaublich. Und er arbeitet immer nach so einem magischen Elfer-Move, ich sehe schon. Jaja, natürlich, klar. Muss man machen als Elfe. Nicht das Blitzen vergessen, 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 nicht das Blitzen vergessen. Wie geht's dir denn heute? Hattest du einen schönen Tag? Ja, sehr gut. Danke. Fühlst du dich wohl. So, schön geertet. Mit der Natur verbunden. Ach, verdammt. Da, nochmals auf die Fresse. Nein, nein, nein. Äh, ich mach kein Wrestling, ist längst ein Tunnel. W-w-w-w-w-w? Ach, nein, du hast ja blockig, Idiot. Eindeckigte. Wieso, wieso konnte ich jetzt schon wieder kein... Das muss ich nachlesen, warum das Divine Tackle nicht sinnig ist. Ach, Kampftänzer, ihr wart auch mal irgendwann effektiver. Okay. Wäre das nicht schön gewesen, wenn der den Aufhebenwurf geschafft hätte. Ah, das ist gar nicht so schlau, was wir hier machen. Der fliegt jetzt irgendwo hin. Nee. Oh, doch. Oh, so ist es okay, aber wenn er rausgefallen wäre, könnte der Mann am Ende vom Feld landen. Ich spiele echt blöd heute. mich rette dann für mein Glück. Das ist nicht gut. Dass du gewinnst, ist nicht gut. Irgendwie haben wir definitiv unterschiedliche Ansichten von dem, was nicht gut ist. Außer, gewonnen habe ich noch nicht. Es gibt noch mehr als genug Züge, um dein magisches Elfenzeug abzuziehen. Ja, gut, aber jetzt wird es langsam wirklich eng. Ja, gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hm. 3 plus. Hm. 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 Ja gut, wie ist es hier? Komisch, dass du da den Widerholungshof genutzt hast. Ja, ist doch ideal gelaufen. Ja, ist doch egal, dass du da den Widerholungshof genutzt hast. Ja, ok. Okay, du kannst nicht mehr einspringen, das ist schon sehr, sehr gut. Das ist leider vollkommen richtig. Ja, hast du im Prinzip gewonnen, weil ich keinen Spieler mehr habe, ne? Noch ein paar Tackle Zones. Oh Mann, doch haut er mich noch, echt. Guter Mann. Oh. Hahaha, ne Baumfau. Das ist ne Prädie, ey. So, das passiert nichts. Jetzt zündet er. Ich versteh nicht warum. Ich muss das nachlösen. Uh. Ja, ich... Ja. Was soll ich sagen? Lothler hat sich entschieden. He he. Bis zum nächsten Mal. Welche Spieler habe ich noch? Drei, sechs sind raus, also habe ich noch fünf. Das ist doch etwas. Fünf? Eins, zwei, drei, vier und vier. Fünf, vier. Wo ist denn mein fünfter? Man hat doch elf, oder nicht? Eigentlich ja. Ich habe auch sechs draußen, alles gut. Nee, warte, ich habe sechs draußen, also muss ich fünf auf dem Feld haben. Wo ist mein fünfter elf? Eins, zwei, drei, vier. Steht irgendeine bei meiner Touchdown-Linie oder so? Ah, da steht noch... Ja, ja, der Werfer steht noch draußen, alles gut. Der steht nur rum, der hat kein Zeichen über sich. Den habe ich gerade gesurft. Ja, 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 okay. Das heißt, ich habe noch vier. Das heißt, ich habe noch vier... Das heißt, ich habe noch vier... Das war's für heute. Ja, und du lässt dich ein bisschen verprüfen, das passt. Oh, jetzt habe ich hinten wieder eine Lücke, das ist ja unglaublich. Oh, dann kannst du rerun. Ist ja fies. Ja, sehr fies. Oh, das ist nett. Das tut mir echt langsam leid. Ouch. Hm, echt ouch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.